Willkommen zu diesem Video, in dem wir Ihnen die Top 49 Produkte von AliExpress vorstellen, die Sie unbedingt ausprobieren müssen. Diese Produkte sind nicht nur praktisch, sondern auch originell, innovativ und preiswert. Lassen Sie uns gleich loslegen. Nummer 1 – Modulare Beleuchtung 1 Diese LED-Leuchten können Sie nach Ihrem Geschmack anordnen und mit einer Fernbedienung steuern. Sie können verschiedene Farben, Helligkeiten und Muster wählen, um eine gemütliche und stilvolle Atmosphäre in Ihrem Zuhause zu schaffen. Nummer 2 – Powerbank 2 Diese tragbare Batterie hat eine enorme Kapazität von 30.000 mAh und kann bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen. Sie verfügt über einen USB-C-Anschluss, einen Micro-USB-Anschluss und zwei USB-A-Anschlüsse. Sie hat außerdem eine LED-Anzeige, die Ihnen den Ladestand zeigt. Nummer 3 – Perfektes Kabel Set 3 Dieses Set enthält alles, was Sie brauchen, um Ihre elektronischen Geräte zu verbinden. Es enthält ein 3-in-1-Kabel, das mit Lichtning, Micro-USB und OSBC kompatibel ist, ein HDMI-Kabel, ein AUX-Kabel, ein Netzteil und einen Adapter. Alle Kabel sind aus hochwertigem Material gefertigt und haben eine Länge von 1,5 m. Nummer 4 – Taschenlampe 4 Diese Taschenlampe ist klein, aber leistungsstark. Sie hat eine maximale Helligkeit von 1200 Lumen und kann bis zu 500 m weit leuchten. Sie hat 5 Modi – Hoch-, Mittel-, Niedrig-, Stroboscope und SOS. Sie ist außerdem wasserdicht, stoßfest und wiederaufladbar. Nummer 5 – Uhr mit Ventilator 5 Diese Uhr ist nicht nur ein Zeitmesser, sondern auch ein kühler Begleiter für heiße Tage. Sie hat einen integrierten Ventilator, der Ihnen einen angenehmen Luftstrom bietet. Sie können die Geschwindigkeit und die Richtung des Ventilators einstellen. Die Uhr hat auch eine LED-Anzeige, die Ihnen die Uhrzeit, das Datum und die Temperatur zeigt. Nummer 6 – Karabiner 6 Dieser Karabiner ist nicht nur ein praktischer Helfer zum Befestigen von Gegenständen, sondern auch ein multifunktionales Werkzeug. Er hat einen Flaschenöffner, einen Schraubendreher, einen Sechskantschlüssel, einen Lineal, einen Schaber und einen Schneidhacken. Er ist aus Edelstahl gefertigt und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 50 kg. Nummer 8 – Mini-USB-Taschenlampe Diese Taschenlampe ist so klein, dass Sie sie an Ihren Schlüsselbund hängen können. Sie hat einen USB-Anschluss, den Sie an jeden USB-Port anschließen können, um sie aufzuladen oder zu verwenden. Sie hat eine Helligkeit von 25 Lumen und eine Laufzeit von bis zu 2 Stunden. Nummer 9 – Smarter Seifenspender Dieser Seifenspender ist nicht nur hygienisch, sondern auch sparsam. Er hat einen Infrarotsensor, der die Seife automatisch dosiert, wenn Sie Ihre Hand darunter halten. Sie können die Menge der Seife einstellen, indem Sie den Knopf an der Oberseite drücken. Der Seifenspender hat ein Fassungsvermögen von 400 ml und ist leicht zu befüllen. Nummer 10 – Pistole Diese Pistole ist kein echter Schusswaffe, sondern ein Spielzeug, das Gummibänder abfeuert. Sie können bis zu 6 Gummibänder gleichzeitig laden und mit einem Abzug abfeuern. Die Pistole ist aus Holz gefertigt und hat eine Reichweite von bis zu 10 Metern. Nummer 11 – Mini-Taschenlampe Diese Taschenlampe ist noch kleiner als die vorherige, aber genauso hell. Sie hat eine Helligkeit von 45 Lumen und kann bis zu 15 Meter weit leuchten. Sie hat einen Schlüsselring, den Sie an Ihren Schlüsselbund oder Ihre Tasche hängen können. Sie ist wasserdicht, stoßfest und wiederaufladbar. Nummer 12 – Kinderthermometer von Xiaomi Dieses Thermometer ist speziell für Kinder entwickelt, die Fieber haben. Es hat eine weiche Silikonspitze, die sanft an die Stirn oder das Ohr gehalten wird. Es misst die Temperatur in nur einer Sekunde und zeigt sie auf einem LCD-Bildschirm an. Es hat auch eine Sprachfunktion, die die Temperatur ansagt. Nummer 13 – Ringthermometer Dieser Ring ist nicht nur ein Schmuckstück, sondern auch ein Thermometer. Er kann Ihre Körpertemperatur in Echtzeit messen und auf einem LED-Bildschirm anzeigen. Sie können die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit einstellen. Der Ring ist aus Titan gefertigt und hat eine Batterielebensdauer von bis zu einem Jahr. Nummer 14 – Modulars Ladegerät Dieses Ladegerät ist ein Modularsystem, das Sie nach Ihren Bedürfnissen anpassen können. Es besteht aus mehreren magnetischen Modulen, die verschiedene Anschlüsse haben, wie USB-C, Micro-USB, Lichtning, Key Wireless und mehr. Sie können die Module beliebig kombinieren und bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen. Nummer 15 – Uhr mit flexiblem Bildschirm Diese Uhr ist eine futuristische Innovation, die einen flexiblen OLED-Bildschirm hat, der sich um Ihr Handgelenk wickelt. Sie können die Uhr mit Ihrem Smartphone verbinden und verschiedene Funktionen nutzen, wie Anrufe, Nachrichten, Musik, Fitness, Wetter und mehr. Sie können auch das Design und die Farbe des Bildschirms ändern. Nummer 16 – Lampe Diese Lampe ist eine elegante und minimalistische Beleuchtungslösung für Ihren Schreibtisch oder Nachttisch. Sie hat einen berührungsempfindlichen Schalter, mit dem Sie die Helligkeit und die Farbtemperatur einstellen können. Sie hat auch einen USB-Anschluss, mit dem Sie Ihr Smartphone oder andere Geräte aufladen können. Nummer 17 – Fahrertasche Diese Tasche ist eine praktische und sichere Möglichkeit, Ihre Sachen mit dem Fahrrad zu transportieren. Sie hat ein großes Hauptfach, das bis zu 25 Liter fassen kann und mehrere kleinere Fächer für Ihre Schlüssel, Geldbörse, Handy und mehr. Sie hat auch reflektierende Streifen, die Ihre Sichtbarkeit im Dunkeln erhöhen. Nummer 18 – Roboter mit künstlicher Intelligenz Dieser Roboter ist ein intelligenter und unterhaltsamer Begleiter, der mit Ihnen interagieren kann. Er hat eine Gesichts- und Spracherkennung, die es ihm ermöglicht, Ihre Emotionen, Vorlieben und Gewohnheiten zu verstehen. Er kann mit Ihnen sprechen, spielen, lernen und Ihnen helfen. Er hat auch eine Kamera, einen Lautsprecher, einen Mikrofon und einen Touchscreen. Nummer 19 – Elektrofahrrad Dieses Fahrrad ist eine umweltfreundliche und bequeme Alternative zum Auto oder Motorrad. Es hat einen leistungsstarken Elektromotor, der Ihnen bis zu 25 km pro Stunde Geschwindigkeit und bis zu 80 km Reichweite bietet. Sie können zwischen drei Fahrmodiwellen, rein elektrisch, pedalunterstützt oder manuell. Das Fahrrad hat auch eine Scheibenbremse, eine Federung, einen LCD-Bildschirm und einen abnehmbaren Akku. Nummer 20 – Bumblebe-Kostüm Dieses Kostüm ist ein Traum für jeden Transformers-Fan. Nummer 21 – Uhr Diese Uhr ist eine moderne und elegante Uhr, die Ihnen mehr als nur die Zeit anzeigt. Sie hat einen runden Touchscreen, der Ihnen verschiedene Funktionen bietet, wie Schrittzähler, Herzfrequenzmesser, Kalorienzähler, Schlafmonitor, Wecker und mehr. Sie können die Uhr mit Ihrem Smartphone verbinden und Benachrichtigungen erhalten. Nummer 22 – Adapter für neue iPhones Dieser Adapter ist eine praktische Lösung für alle, die ein neues iPhone haben, aber Ihre alten Kopfhörer oder Ladekabel verwenden wollen. Er hat einen Lightning-Anschluss, der in Ihr iPhone passt, und zwei Büchsen, eine für 3,5 mm Klinke und eine für USB. Er ist klein, leicht und einfach zu bedienen. Nummer 23 – Mini-Drehmaschine Diese Drehmaschine ist ein tolles Werkzeug für alle, die gerne mit Holz, Metall oder Kunststoff arbeiten. Sie können damit kleine Objekte wie Ringe, Stifte, Schrauben, Knöpfe und mehr herstellen. Sie hat eine variable Geschwindigkeit, eine Spannzange, eine Werkzeughalterung und eine Schutzabdeckung. Sie ist einfach zu montieren und zu bedienen. Nummer 24 – Karte-Multi-Tool Dieses Multi-Tool ist eine Karte, die Sie in Ihrer Brieftasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren können. Es hat 18 Funktionen, wie Messer, Schere, Flaschenöffner, Dosenöffner, Schraubendreher, Lineal, Säge, Nagelfeile und mehr. Es ist aus Edelstahl gefertigt und hat eine Größe von einer Kreditkarte. Nummer 25 – Schlüsselanhängermesser Dieses Messer ist ein kleiner und scharfer Helfer, den Sie an Ihrem Schlüsselbund befestigen können. Es hat eine Klinge aus rostfreiem Stahl, die sich mit einem Knopfdruck ausklappen lässt. Es hat auch einen Flaschenöffner, einen Schraubendreher und einen Sechskantschlüssel. Es ist sicher, robust und nützlich. Nummer 26 – Kabelkarabiner Dieser Karabiner ist ein Kabel, das Sie an Ihrem Rucksack, Ihrer Tasche oder Ihrer Kleidung befestigen können. Es hat einen USB-C-Anschluss, der mit den meisten Android-Geräten kompatibel ist, und einen Lightning-Anschluss, der mit den meisten Apple-Geräten kompatibel ist. Sie können es verwenden, um Ihre Geräte aufzuladen oder Daten zu übertragen. Nummer 27 – Uhr Diese Uhr ist eine sportliche und stilvolle Uhr, die Ihnen mehr als nur die Zeit anzeigt. Sie hat einen quadratischen Touchscreen, der Ihnen verschiedene Funktionen bietet, wie GPS, Kompass, Barometer, Höhenmesser, Thermometer, Wettervorhersage, Kalender, Stoppuhr und mehr. Sie können die Uhr mit Ihrem Smartphone verbinden und Anrufe, Nachrichten, Musik und Kamera steuern. Nummer 28 – Smarter Roboter Dieser Roboter ist ein lustiger und lehrreicher Begleiter, der mit Ihnen interagieren kann. Er hat eine Gesichts- und Spracherkennung, die es ihm ermöglicht, Ihre Fragen zu beantworten, Witze zu erzählen, Geschichten zu erzählen, Spiele zu spielen und mehr. Er hat auch eine Kamera, einen Lautsprecher, einen Mikrofon und einen Touchscreen. Nummer 29 – USB-Lampe Diese Lampe ist eine einfache und bequeme Beleuchtungslösung für Ihren Laptop oder PC. Sie hat einen USB-Anschluss, den Sie an jeden USB-Port anschließen können, um Sie mit Strom zu versorgen. Sie hat eine flexible Schwanenheiz, die Sie in jede Richtung biegen können. Sie hat eine Helligkeit von 1,2 Watt und eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Nummer 30 – Metallpuzzle Dieses Puzzle ist eine Herausforderung für Ihr Gehirn und Ihre Finger. Es besteht aus mehreren Metallteilen, die Sie zu einer dreidimensionalen Figur zusammenfügen müssen. Es gibt verschiedene Modelle, wie Flugzeuge, Autos, Motorräder, Tiere und mehr. Sie sind alle aus hochwertigem Metall gefertigt und haben eine realistische und detaillierte Optik. Nummer 31 – Kamera Diese Kamera ist eine kompakte und leistungsstarke Kamera, die Ihnen erlaubt, Ihre schönsten Momente festzuhalten. Sie hat eine Auflösung von 24 Megapixeln und einen optischen Zoom von 16-fach. Sie hat auch einen Bildstabilisator, einen Gesichtserkennung, einen Selbstauslöser und einen Blitz. Sie hat einen 3 Zoll LCD-Bildschirm und einen SD-Karten-Slot.